Fertig mit Fahnen? Ich muss da unten wieder raus holen.. Letzte Tür, Letzte Tür! Ja, es ist so ein richtiges Stück! Nimm's los, das sind's 2! Tür zu, Schranktür zu, Schranktür zu. So, ich muss wieder hinstellen. Brauchst du nicht am Boden halten. Kannst du auch hochhalten. Wie deine Mutter. Geh mal hoch. Hinstellen, so festhalten. Und einen Daumen drauf, dass es nicht runterfällt, die Hersen. Dann kommen sie schon an. Ja, was dann? Ja, ich wollte ja doch mal hochschi.